Okay, ja die fünf Äpfel behalte ich mal, das auch, das sieht nix. Aber hier gebratenes Fleisch. Erstmal 20 Stück rein. Zack. Gänseblümchen. Ja, ich muss hier noch. Ich hab noch ein Säckchen. Trockenfleisch. Ich hab noch zwei Stücke. Also ich hab hier schon ordentlich was reingeworfen. Ja, ich kann nicht immer drauf zugreifen. Leder. Ich hab Leder gefunden? Direkt? Ja, wir haben ein bisschen Leder bekommen, ja. Achso, okay. So, okay. So, was bauen wir jetzt? Trage ich nicht mehr ganz so viel mit mir rum. Boah, das ist so viel angenehmer. So, überlebende Jagdhütte, nicht genügend Technologie, okay. Wenn was? Einen Holzschuppen könnte man bauen. Okay. Oder? Ja, dann. Das wäre das nächste. Dann platzt dir das dumme Ding. Kann ich eigentlich schon Wege machen, so ein bisschen das Zeug hier verbinden, oder? Ja, du, hau raus. Okay. Okay. Ich muss halt erst auch noch mal gucken, wie das geht, gell? Ja, das kriegst du hier. Fahr jetzt so da rüber. Muss ich das jetzt noch bauen, oder? Ja, ich glaube, das war so okay dann. So, dann bauen wir den Weg einfach mal da runter. Und, hopp. Äh, nein. Was? Oh, ah. Ich höre Tiere. Aber wir sind ja auch mitten im Wald. Da könnte man schon mal Tiere hören, habe ich gehört. Tiere hören hast du gehört. Ähm, dumme Frage. Ja. Ja. Jemand muss die Holzhütte bauen. Soll ich die schnell irgendwo hinflanken? Ja, ja, mach du, bau du die Hütte. Oha. So weit weg? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, ich hab... Ich versuche hier mal sowas wie ein Straßennetz anzulegen. Mhm. Ja, oder? Oh, ein bisschen. So. Ja, komm. Wollen wir das hier hin? Ja, ich brauche Stein. Und dann dann irgendwie so und dann machen wir noch so und dann sieht das, glaube ich, erstmal gut aus. Jetzt heißt das über Stock und Stein, ne? Ja. So. Und die Spitzhacke brauchen wir ja dann auch noch, gell? Ach, das kommt irgendwann mal. Gott. Ich glaube, ich habe Steine hier reingelegt, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ich bin so dumm. Steine. Alle. Danke. Ich habe nur ein Stein draus genommen. Hey, super cool. Ich habe ein paar Steine gesagt. Ich komme nachher geschlichen. Ja. So. Okay. Jetzt kann ich das hier drauf. Ah, Alex hat schon dabei. Bad. Stroh. Holz, Stamm, Stroh. Da bin ich jetzt am Start. Jawohl. Mein Zweit ist das halt dann schon nochmal, gell? Ja, für den Anfang, ja. Ja. Schon normal. Aber wenn man das alleine macht, ist halt schon eine andere Sache. Und eine andere Sache. Ja, dauert auch viel länger, ne? Rietach? Hä? 75 Prozent? Achso, wegen dem hier. Achso, okay. Bad. Yay. Sägebock. Jetzt können wir machen. Brett und Brennholz. Cool. Sehr gut. So. Und jetzt? Ja, ich schaue auch mal grad, was so geht. Häuser. Also, du könntest tatsächlich mit einem Feld anfangen? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, gut, ich sah mir, ja, wobei die kann man halt kaufen, gell? Ja, oder? Ich mache mal, ich drehe mal eine Runde und guck mal, ob ich irgendwas bin auf dem Weg. Aber kannst du auch mal an. Wenn du die Schilder an Mensch aufs Feld, jo, ich würde mal, ja, erstmal ein kleines anlegen. Ja. Ich würde jetzt nicht gleich komplett eskalieren. Nicht, ich habe gehofft. Ja, doch, ich mache eins neben dem Materiallager schön. So. Okay. Gott, da muss man ja alles wegmachen, gell? Steine und Stöcke und... Weiß ich gar nicht mehr. Ne, Steine nicht. Ne, ne. Wir können eine Jagd heute machen. Ne, ne. 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 ich bin in den rocky mountain bin quasi gegenüber gerade herforderlich die habe ich aber doch schon genau was haben wir denn hier so ungedüngt überforderlich ein säckchen mit dünger haben wir ja also dünger haben wir noch nicht ein säckchen hammer guck mich gerade nur so ein bisschen um aus dem berg okay wenn du den weg da hinten hoch gehst wo ich jetzt gerade war ist ende okay also ich wurde direkt zurück gesetzt aber hier sind sehr viele steine dementsprechend ich nehme steine mit das klingt gut ja ich glaube es wäre sogar besser ist ich du kannst auf jeder hatte schnell wissen verwaltung gefällt ja du kannst pro feld immer nur ein ja ein gemüse wie auch immer anbauen wahrscheinlich besser nicht ein großes feld sondern erst mal sondern ja so zwei kleinere oder so ja ich habe hier ein fass gefunden ich habe hier wurden und wir haben roggen bier gefunden da muss man lagern ja ja das brauchen wir auch weil die nehmen sich nur von danach raus ja genau genau so ich ziehe mir die schuhe wieder an weil ich habe außer sind die schuhe irgendwie ausgezogen ich habe auch eisenerz gefunden ich gehe erst mal baden man stinkt ja irgendwann gell so ich habe jetzt mal das erste feld gemacht dann kommen wir gerade wieder nach hause ich glaube ich würde tatsächlich auch ein zäunchen drum bauen einfach noch so den hässlichsten auch kann ich noch gar nicht doch schema kaufen ein bisschen geld haben wir ja 50 habe ich in der tasche ja das kaufe ich mal so um die halt so ein bisschen zumindest zu markieren die felder habe ich das jetzt ich hoffe wo holst du dir das im baumenü und ja ich habe das auch bekommen okay das ist zumindest kohle aber dann muss man das nicht doppelt sehr genau richtig so ich komme mit dem beladen zurück ich bei mir geht der baum hier stört mich mit dir du kleine fichte okay so eisenerz ich habe ein eisenbarren gefunden ein bierchen 17 steine stöcke stroh weg warte die stücke kannst du gleich zu mir bringen wenn du möchtest ja für den zaun biete ja so damit es zumindest ein bisschen markiert ist das feld macht sinn super haben wir den auch rein geklatscht dann würde ich direkt noch gleich zwei kleinere felder noch bauen ich guck mal wir haben ja ein bisschen geld ich guck mal dass ich was hole was wir gut verkaufen können ich könnte weidenkörbe herstellen das mit den feldern ist so dumm gemacht dass das immer nur so in eine richtung geht was ich muss wohl paar sachen herstellen ich werde mal ich werde mal ein bisschen sachen machen das heißt einfach nur damit ich ein bisschen level machen wir eine steinspitze gegenüber gibt es auch felsen die man gut abbauen kann machen wir gleich zwei ach was denn nix 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 alles gut wenn wir eine werkbank haben alter werkstatt ja technologie instand anzubauen wir haben genügend technologie publik sammelt um die werkstatt frei zu schalten ja ja wie haben wir schon ja ah ok gut das ging schnell ähm so und die scheine so das heißt ich werde gleich mal ein paar sachen lernen die ich herstellen kann ähm so find sich ja sonst nix ok so wenn du werkzeug suchst ist das jetzt zu finden im Lager halt, oder? Genau, ich packe das da jetzt einfach alles null. Ah, jetzt kam bei mir erst die Werkstatt. Ich hab Hunger. Und dann essen sie doch was, der. Hab ich ja. Okay. Okay, wir brauchen Holzstämme und so weiter. Wir sind bald, oh man. Ja. Ich will noch einen Holzstamm. Wir haben... ne, wir haben keinen. Ja, gut. Wir haben 700 Felder schon. Wir haben drei, okay. Ich dachte, das ist schon am Anfang gut. Mhm, okay. Habe ich verstanden. Es bleibt auch bei drei. Erstmal. Vielleicht doch noch viertes. Einfach erstmal bei drei. Ich dachte, das ist ganz cool zum Anfang. Eins, ein größeres und zwei kleinere. Das ist vielleicht nicht schlecht. Ja, ich will ja erstmal, also ich für meinen Teil will erstmal gucken, dass ich was crafte, damit wir überhaupt Gold verdienen können, damit du Samen holen kannst. Ja, er hat Samen gesagt. Ja. Alle Samen dieser Welt, nur für den Nico. Ähm, hast du Stöcke? Alter, es ist dunkel. Ja, Stöcke, alles im Lager, ne? Immer. Ah ja, der Hasch einfach mal reingelegt, okay. Sagen wir Popo machen? Oder noch nicht? Äh, ja. Ja. Und die Stöcke, die mich alle... Ich will noch schnell den einen... Ja, du sagst einfach, wenn du Richtung Bett gehst, dann komme ich auch. Ja, äh, 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 2. Ja, mit Kinden, achso, nee, das Nahrungsmittellager brauchen wir noch. Ja. Wenn wir das haben, können wir, glaube ich, anfangen, Leute zu rekrutieren. Weil dann können die sich aus dem normalen Lager was rausholen, aus dem Nahrungsmittellager was rausholen? Okay. Also ich würde jetzt langsam Richtung Bettchen gehen. Ja, ich verarbeite auch schnell zwei Stöcke und dann komme ich. Okay. Äh, ja, dann können wir die schon... Wobei, wir bräuchten noch vielleicht eine Jagd, die holen dann wenigstens... Fleisch. Ja, die holen es halt, ja. Guten Morgen! Moin, Diggi! Wir gucken mal, dass wir jetzt noch ein bisschen was weg haben. So. Wenn ich dieses doofe Ding da endlich habe, ey. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eben, passt. Okay. So. Bist du bei dir aus? Was hast du schon fertig? Ja. Was hast du fertig? Drei Felder. Hast du Stroh? Äh, nee, kann ich holen gehen. Und dann gehen wir mal gemeinsam Stroh pflücken, hä? Pflücken. Pflükeln. Aber ich muss eh was trinken, das mache ich auch gleich. Stimmt. Und ich muss auch was essen. Das sind zwei Bären im Wald, cool. Aber die sind zum Glück gegenüber. Könnte auch ganz sinnvoll sein, dass sie genau gegenüber sind. Stimmt. Man kann auch die Enten da schießen und alles. Ja, klar. Gut. Ich habe alles. Ich glaube, hoffe ich. Okay. Okay. Wenn du beim Dächlein mithelfen willst, bist du gern willkommen, Alter. Bin schon unterwegs, du. Und ich bin schmutzig. Das tut mir leid. Das stimmt allerdings. Was wollen das heißen? So. Jetzt gehen wir waschen. Jetzt gehen wir waschen hier. Kann man auch bauen. Dann geh so ein Wasch. Eimer. Kann man? Ja, ja. Ach Gott. Das gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht wo, aber es gibt es. Darf ich vorbei? Bitte? Oh, entschuldige. Steht ja immer nur ein Weg rum. Gut. Oh Gott, jetzt kann ich anfangen herzustellen. Ich mache mal ein paar Körbchen. Ja. Oh, diese Zeit, die man jetzt einfach verbringen kann, um einfach nur herzustellen zu lassen. Ähm. Alle Arbeiter, die hier tätig sind, verarbeiten Ernte und stellen Tierfutter, Dünger und Lehmbewurf her. Zu einem Recht. Okay. Das ist die Scheune. Das habe ich aber eigentlich nicht gesucht. Besser. Gewinn. Nee. Gebäude. Lager. Lager. Nahrungsmittellager. Achso, das willst du jetzt anfangen? Gerade? Ja, das ist halt das, was wir als nächstes brauchen, oder? Dann. Dann stelle ich schon mal ein paar Sachen her nebenbei. Okay. Einfach nur... Mal vorbei. Ich helfe dir, glaube ich, eher dabei erst mal. Geht das da hin? Nee. Denk ruhig ein bisschen. Bau ruhig ein bisschen größer. Ich hole so eh gerade ab. Okay. Aber ich baue das jetzt, glaube ich, einfach mal da hin. Baust du ein bisschen weiter rein vielleicht, oder? Nein. patron